Mit dem Trail bietet Ford jetzt auch beim großen Transit eine Allradvariante. Das Fahrzeug basiert auf den Modellen mit Hinterradantrieb und man kann die Vorderachse dazuschalten und hat dann ein Traktionsplus für schwierigere Herausforderungen im Winter und auf schwierigen Fahrbahnuntergründen. Im Cockpit kann man noch zwischen unterschiedlichen Fahrprogrammen wählen, die entweder auf Schlamm oder auf Winter optimiert sind. Und der Vorteil der Basis des Hinterradmodells ist, dass der Laderaum, das Volumen gleich bleibt. Musik 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 Trotz eines Allradantriebs ist der Ford Transit Trail nicht für härtere Geländeanforderungen gedacht, weil es keine Untersetzung und keine Differenzialsperren gibt. Musik Die Nutzlast beträgt 846 Kilo und das höchste zulässige Gesamtgewicht sind die dreieinhalb Tonnen. Das heißt, für das Fahren mit dem Ford Transit Trail Allrad reicht der PKW-Führerschein. Musik Musik Das Fahrverhalten entspricht einem Nutzfahrzeug in dieser Dimension. 170 PS und 6-Gang-Schaltgetriebe werden kombiniert mit einer Vielzahl von modernen Fahrerassistenzsystemen. So gibt es zum Beispiel einen Adaptiv-Tempomaten und eine beheizbare Windschutzscheibe. Musik 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 belief